1 Mrd. Steuergeld will der Bundesrat zahlen für das Olympische, das hier im Wallis unten ist. Ganz ohne Volksabstimmung. Für das haben wir leider nicht mehr Zeit. Gut, es ist ja auch schon 2026 und mit dem Olympisch will man ja die Schweiz auf der ganzen Welt bekannt machen. Und man will ja dort auch andere Olympische machen. Nachhaltig. Der einzige Nachhalt, den ich hatte, war, als der Pirmin Zubrick mit dem Helikopter auf das Matterhorn geflogen ist, für irgendein Feuer anzuzünden. 1 Mrd. Stell dir vor, das ist für jeden, der dort mitmacht. 342 465 Fr. 75 Fr. Für jeden. Ich meine, das zahle ich doch für eine Michelle Gisin, die heute gewonnen hat. Oder für eine Dario Colonia, für so eine Goldmedaille. Aber hey, das kostet auch so viel Geld für den Schlittler aus Indien. Oder für den Samir Asimari aus Marokko, der im Langlauf von Dario gewonnen hat. Und nur, dass der 2026 im Wallis auf dem Kutschschnee anstatt in Marokko auf der Sandtäune seine Runden drehen kann. Und wenn es nur darum geht, dass man die Schweiz weltberühmt machen will, dann könnte man ja für einen Bruchteil von dem Geld anstatt den Pirmin auf das Matterhorn unser Bundesrat auf den Mond schiessen. Das ist das Lämmert. Wenn das ist so, wie in der Zeit. Die die die. Die 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 die? Die 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 die, die 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 wurden, die 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 Musik. Vielen Dank.